Wir informieren unsere Mitglieder über unsere Homepage oder auch über Mailings. Wir haben zehn Empfehlungen für jede Bergsportart, also auch fürs Skifahren und auch fürs Skitouren gehen, in dem die wichtigsten Basics zusammengefasst sind. Dann kann man bei uns natürlich den aktuellen Bergwetterbericht abrufen und auch sich informieren, welche Hütten haben im Winter geöffnet. Für Skifahrer und Skifahrerinnen gilt auf der Piste erst einmal die FIS-Regeln einzuhalten. Man sollte wissen, was ist eine blaue, eine rote und eine schwarze Piste. Und vor allem auch, man muss immer wissen, was kann ich und sich gut vorbereiten, dass man konditionell fit ist und auch auf der Piste vor allem die Geschwindigkeit immer in Maßen regulieren. Bis zum nächsten Mal.